Die Debatte um Cancel Culture ist gesellschaftlich und politisch meiner Meinung nach absolut notwendig. Allerdings dreht sich Pro und Contra ständig im Kreis wie ein Zirkulus Viziosus. Einen Ausweg bietet allein a. der kategorische Imperativ bei Immanuel Kant. Handle nur nach der Maxime, als könne sie ein allgemeines Gesetz werden. Und b. das Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar.